Mit diesem flammenden Inferno begrüße ich euch zu dieser Folge und wir haben es endlich geschafft. Diese Feste gehört endlich uns. Nach so langer Zeit haben wir es geschafft. So, und wir springen direkt in die Mission. Die Taschendiebe. Eine Taschendiebe hat sich heute einen Spaß erlaubt. Okay. Na du? Was geht? Versucht nicht alles Geld auf einmal auszugeben. Von welchem Geld sprecht ihr? Signora, ich erkenne einen Taschendieb, wenn ich ihn sehe. Eure Technik ist gut, aber nicht perfekt. Es geht? Bis zum heutigen Tag wurde ich nie erwischt oder verdächtigt. Ich zeige euch ein paar Kniffe. Ich brauche keinen Lehrer. Das kann ich beweisen. Gebt mir eine Minute und ich stehle mehr als ihr an einem ganzen Tag. Ben, fangt an. Okay. Wir sollen... Geld sammeln. Hä? Sollen wir nicht Geld... Wir sollen doch Geld... Habe ich das gerade... ...von ihrer Gegnerin stehlen. Du! Wird bedrohlt! Du rangen! Nieder mit dir! Hä? Oh, Schande! Hm, ihr seid doch Tiere! Hä? 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 Scheib weg! Das geht dich nichts an! Ich raff's nicht. Weiter so! Aufhören! Ich steh... Hä? Ist das verbuggt oder so? Warum wird denn das nicht gezählt? Ich verstehe es nicht. Ist eure Schuld. Ich verstehe es nicht. Keine Ahnung. Wer sind denn meine Gegner? Das sind doch Gegner oder nicht? Guck mal, die kann ich nicht bücken. Keine Ahnung. Rafe ich nicht. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Machen wir eine andere Mission. Macht einfach keinen Sinn für mich. Von ihrer Gegnerin 150 stehen. Von ihrer Gegnerin 100... Von ihrer Gegnerin. Das ist... Das ist doch meine Gegnerin, oder nicht? Es macht keinen Sinn. Es macht... Es... Es... Okay. Ich check's trotzdem nicht so ganz. Jetzt geht's. Guck mal, es war einfach gerade nur verbuggt. Ja, okay. Das ist... Sehr strange gerade gewesen. Wo sind wir durch? Danke. Komm, schnapp sie dir. Ja. Guck mal. Hier gibt es nichts zu sehen. Ah. Es ist wie Dama. Hat denn heute keiner irgendwelche Münzen dabei? Nun, meine Beute war recht gut. Habt ihr euren freien Tag? Bevormundet mich nicht. Ich bin eine gute Diebin. Ihr habt es selbst gesehen. Das stimmt. Und ich wäre erfreut, wenn ihr euch den Assassinen anschließt und euer Talent sinnvoll einsetzt. Hm. Das könnte ich tun, ja? Ich kann nicht ewig von den Früchten anderer leben. Ja, okay. Das war gerade einfach nur richtig, richtig behindert. Sorry für diese Ausdrucksweise, aber wenn man erst nach einem Bug wirklich spielen kann, ist das... Ja. Weiß ich nicht. Ist einfach blöd. Dumm ist das falsche Wort. Ist einfach blöd. Naja, okay. Konzentrieren wir uns einfach auf die nächste Mission. Ähm. Und dafür müssen wir zu diesem Buch mit dem Ausrufe zeichnen. Oh, sagt nicht, der ist auf der anderen Seite der Mauer. Bitte nicht. Also erwartet ihr etwa, dass ich euer Team... Also dieser mal übel aus. Ist der beteiligt? Das sieht man auch nicht, alle Tage. Ach man, Edsel, warum machst du denn das? Komm, weil dich. Tja. Guter Trick. Gab so einige, mein Fisch. Komm, weil dich. Mach, Kernseuder. Schön. Natürlich müssen wir hier hoch. Das Böse, das von diesen Agenten der Hölle propagiert wird, ist genug um starke Männer. Okay. Na dann. Zeichen und Symbole Teil 2. Okay. Na dann gucken wir mal da. Gefunden. Okay, wir müssen noch das Arquädukt. Also ich weiß, dass es früher mehr Battler gab als heute, vergleichsweise, aber dass die so einen auf die Nerven gehen, ist schon... vor allem so häufig, das ist schon... kann ich... kann ich jede Stadt von sich so behaupten. Okay. Gucken wir mal weiter. Jerusalem kann eingenommen werden. Jerusalem kann eingenommen werden. Jerusalem kann eingenommen werden. Und Lissabon. Lissabon gehört uns. Madrid. Okay. Dann hol doch ich mal das da. Ich will schon irgendwas mit mehr Erfahrung. So was zum Beispiel. Bitte nicht sterben. Danke. Okay. Gut. Kletter. Und spring. Sehr schön, Ezio. Läuft bei dir. Das Mädchen mit der Flöte. Okay. Gut. Na dann lauf mal weiter, Kollege. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Also theoretisch schon, aber... haben wir nicht. Geht weg. Na dann gucken wir mal, was hier so schön ist finden. Jawohl, schön durch die Kanalisation. Was hast du gefunden? Einen Schlüssel? Irgendeine Art Tür. Doch sie ist fest zugemauert. Ah, vielversprechend. Der erste Schlüssel lag hinter einer ähnlichen Tür. Ist das so? Und wie öffnet man diese Tür? Überhaupt nicht. Es war das Erdbeben. Die Peraja. Aber wir haben nur ein paar Fässer Schießpulver. Das sollte reichen. Und tut es das nicht, holen wir mehr. Jawohl. Die Assassine. Los, los! Ist schon belastend, ne? Wenn man nicht trifft. Ihr kommt hier nicht lebend raus! Wetten doch. Okay, na dann wollen wir mal da. Bestenfalls kein Schaden kassieren. Zeigt euch! Da ist er! Feiglich! Edoine! Was wir nur ohne diese Klinge machen würden. Und weiter. So, verzeiht die Kurzunzerbrechung. Wo war das denn? Oh, oh! Oh, oh! warum ist das jetzt passiert so kann mir das mal bitte irgendjemand erklären wie das funktioniert ich kann es kann doch nicht wahr sein wirklich man es kann du bist rundfähig du bist alt und du bist unfähig es gibt hier gerade glaube ich auch zwei personen komm sie haben das ein bisschen mit es gibt zeigt euch wir haben schießpulver benutzen wir zurücktreten ich brauche mehr Platz also ich weiß nicht aber der typ fühlt sich nicht ganz krass weil er die Brücke hochgejagt hat boah heftig den irren darf man nie unterschätzen habt ihr ne Ahnung wie man hier überhaupt Schaden kriegen kann kommt da jetzt noch was oder war es das 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 Natürlich ist es immer die Mitte. Gut. Dann plündern wir aber noch die Schätze, würde ich sagen. Kann ja nicht schaden. Und so vor allem gar nicht mal so wenig. Hier bin ich am Arsch. Voll geil. Lohnt sich richtig. Cool. Okay. Dann haben wir das Level auch dann vermutlich geschafft. Läuft bei uns. Da ist Schlüssel Nummer 3. Sehr cool. Ein Schlüssel zum Mitnehmen bitte. Danke. Sehr cool. Haben wir es geschafft. Ja, war eine coole Höhle. Muss ich sagen. Hat mir gefallen. War schön hier. Wird zwar nie wiederkommen, aber trotzdem war schön. Und wieder schön aus der Kanalisation, Ezio. So lobe ich mir das. Zack, boom, weg. Never come back. Okay. Dann würde ich jetzt gerne den Assassinen dort vorne retten, befreien. Retten. Okay. Oder helfen. Gut, er kann ja nicht hochklettern. Warum auch immer. Ich hätte gerne... Ach, das war der falsche. Der wollte ich nicht. Egal. Geht auch so. Und... Hau rein! Schön ins Auge. Ihr seid nicht allein, Arkadessin. Kaputt, die Stoffen. Und ihr müsst keine Angst haben. So muss das. Ja, okay, cool. Wenn ihr mich wollt, schließe ich mich euch an. Ja, aber bitte. Despina Theologou. Bist du Grieche? Okay, soviel dazu. Gehen wir nochmal kurz zum Heroid. Ja, ja, Frieden. Sprengst dich. Okay, haben wir das auch geklärt? Cool, laufen wir zur nächsten Mission. Würde ich jetzt mal so sagen. Sag, wo ist es? Das hat für andere Seite. Okay, cool. Na gut, dann machen wir das. Schippern wir mal ein bisschen rüber. Ich brauch dich, Kollege. Ich würde gerne zum Galaterbezirk. Danke. Dem Bürger helfen. Sehr gut, haben wir das auch. Verzweifelt nicht angesichts dieser Gewalt. Stärkt mit eurer Hand und eurer Stimme die Reihen der Opposition. Das werde ich. Ich bin begierig, für etwas Größeres zu kämpfen. Sehr cool. Nessim Kizimira. Das ist ein Assassiner. Cool. Madrid steht unter unserer Kontrolle. Ist von Borzak. Augusto Fornari. Cool. Italiener. Ach, komm, als ob der oben ist. Was finde ich so tun, Herr, für den Orden? Okay, und Runkelgesicht. Komm, wir ran. Du greifst nie wieder an. Du auch nicht. Und du bist auch weg. Na, komm, wir ja. Ihr seid nicht allein, Arkadessin. Und ihr müsst keine Angst haben. Lasst mich eure Hilfe mit Taten zurückzahlen, Assassine. Wenn ihr mich wollt, schließe ich mich euch an. Fatima Daher ist jetzt eine von uns. Willkommen im Club, Fatima. Schön, dass du da bist. Ich habe kein Geld. Geht weg. Gut, dann gehe ich jetzt noch einfach zur nächsten Mission mit euch. Und dann verabschiede ich mich. Als ob hier noch eine Mauer ist. Bitte. Danke. Warum lacht der immer so schäbig? Komischer, komischer, Krauts. Okay. So, gucken wir doch mal, was wir noch erobern können. Marseille zum Beispiel. Ja, komm, mach dir das. Mach du das. Mach du das. Bitte, komm, Teil zurück. Okay. Gut, dann gehen wir jetzt hier rüber. So. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein. Bleibt gesund. Und ciao. 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 Vielen Dank.